Was ist der Buchverfilmung? Ellbogen, das ist eine Buchverfilmung, wo mir die literarische Vorlage nie in die Hände geraten ist und ich habe auch sonst noch nie von dem ganzen Thema gehört und muss auch feststellen, dass ich nicht zur Zielgruppe gehöre beziehungsweise mich glaube ich nicht emotional in die Grundsituation der hier geschilderten Hauptfigur versetzen kann. Die Hauptfigur heißt Hazal. Das genaue Alter wird nicht genannt. Ich denke mal, ach doch, der Film beginnt wenige Tage vor ihrem 18. Geburtstag. Sie lebt in Berlin und hat einen Wunsch, nämlich eine Chance. Sie arbeitet in der Bäckerei bei ihrer Mutter, wobei ihre Mutter vorhat, sie in eine Ausbildung zur Friseurin zu stecken, was sie aber nicht möchte. Sie sucht selber nach Ausbildungsstellen, Schreibbewerbungen und so weiter, möchte einfach eine faire Chance haben. Und der Film ist insgesamt gar nicht so lang, sondern so 86 Minuten. In den ersten 30 Minuten schildert der ihr Leben. Sie ist ein eigentlich liebes Mädchen mit Wünschen. Sie ist ein bisschen, ja, manchmal ein bisschen hemdsärmelig, bemüht, aber irgendwie will sich diese verdammte Chance, die sie eigentlich verdient, nicht ergeben. Und dann kommt es nach 30 Minuten zu einem Zwischenfall. Den führe ich nicht aus. Ich weiß nicht, ob es andere Inhaltsangaben gibt, die das tun. Aber ein Partyabend nimmt einen sehr krassen Verlauf, beziehungsweise findet ein sehr krasses Ende. Und in Folge dessen hält es Hazal in Berlin nicht aus und flieht. Sie flieht alleine nach Istanbul, wo sie einen Bekannten hat. Und dann sind wir im restlichen Film erstmal dabei, sie weiter zu beobachten, wie sie in diverse Situationen, Szenarien gerät, an Menschen gerät, etc. Und am Schluss muss sie sich dem Vorfall, den es nach einer halben Stunde gegeben hat, dann doch irgendwie annähern oder stellen. Ich habe zu Schulzeiten ein Buch in den Fingern gehabt, beziehungsweise es wurde uns vorrangig als Film gezeigt, der hieß Rolltreppe abwärts, wo auch ein Junge im Zentrum stand, der im Laufe des Buches oder im Laufe der Geschichte immer weiter abwärts steigt. Und irgendwie hatte ich hier so ein selbes Gefühl, weil eigentlich will Hazal eigentlich niemandem was Böses. Die möchte nur ihre faire Chance. Man erlebt, wie sie von ihrem Umfeld, von den Umständen, von allen fertig gemacht wird, versucht, da klar durchzukommen und eigentlich keine Chance hat. Ich selber war zwar schon mal in Berlin, aber ich kann nicht sagen, ist es in Berlin wirklich so? Vor allem ist es, wenn man ein 18-jähriges türkisches Mädchen in Berlin ist so. Der Film schildert das sehr glaubwürdig, aber ich kann es halt nicht mit dem Garantiestempel versehen, so ist das alles. Ja, und das, was dann später passiert, ist eine endlose Flut an Situationen und Szenen, die unfassbar unangenehm sind, anzusehen, aber leider auch oder vielleicht gerade deswegen sehr glaubhaft. Und ich habe schon lange, vor allem, ich sortiere mich, ich habe schon lange nicht mehr mit einem so unangenehmen Gefühl im Kino gesessen, insbesondere wenn halt besagter Zwischenfall passiert und die Hauptfigur dann entsprechend verzweifelt ist und da eine große Last mit sich rumträgt und ich die als Zuschauer habe spüren können. Alles in allem gehört der Film der Hauptdarstellerin, die heißt Melia Cara und macht hier eine nicht um Sympathie buhlende, aber doch irgendwie krasse, starke und gleichzeitig sehr bedauernswerte Hauptfigur. Also das ist eine Figur, auf die die Welt wie mit Fäusten einzudreschen scheint und ihr dabei zuzugucken macht in dem Sinne keinen Spaß, aber es greift emotional auf und zieht einen mit. Es gibt nur eine Sache, die ist jetzt bei mir im Kino gewesen und die hat mir eines der schönsten Kinoerlebnisse ever beschert. Im Film verlagert sich die Handlung halt relativ schnell oder nach einer knappen halben Stunde nach Istanbul und dann gibt es bestimmt zwei Drittel aller Dialoge, die in Türkisch geführt werden und der Film, wie ich ihn geschaut hatte, hatte keine Untertitel und ganz ehrlich, ich kann kein Türkisch und war ziemlich raus aus dem Film. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt ein technischer Defekt war oder so, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du das Teil so lange, also über die gesamte Laufzeit mehr als die Hälfte türkischen Dialogen ununtertitelt in einem deutschen Kino laufen lässt. Was jetzt meine Vorstellung dabei so schön gemacht hat, war, vorne saß ein junger Mann, der nachdem dann längere Zeit nur Türkisch lief, dann irgendwie mal in den Saal rief, hört mal Leute, ich kann Türkisch, wenn ihr wollt, übersetze ich für euch alle. Und der hat dann die letzte halbe Stunde quasi versucht, simultan den vorne laufenden Film zu übersetzen, hat nachher Applaus dafür bekommen. Also das war eine eigentlich sehr schöne Sache in einem nicht sehr lebensbejahenden Film, aber alles in allem, insbesondere wegen der Hauptdarstellerin, ich empfehle ihn sehr. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Lust hätte, das Buch zu lesen, aber das Einzige, und das führe ich natürlich nicht aus, das Einzige, was ich am Film so nicht mochte, ist der Schluss, der mir irgendwie zu uneindeutig ist. Ich weiß nicht, ob das Buch das entsprechend anders ausführt, aber ansonsten habe ich natürlich einen nicht publikumsziehenden Film, aber einen starken Film gesehen mit großer Glaubwürdigkeit oder Lebensnähe, wie auch immer, und der kriegt von mir 4 von 5 Punkten. Wie seht ihr das? Habt ihr Lust auf diesen Film? Habt ihr das Buch gelesen? Und ja, was auch immer euch einfällt, haut es rein in die Kommentare unter dieses Video. Ansonsten könnt ihr wie immer gerne einen Daumen da lassen, gerne ein Abo, und wir sehen uns gerne zur nächsten Kritik. Macht's gut, bis dann, ciao. Musik Musik Musik